Musik Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am 23. Oktober, Dienstagabend um knapp viertel nach acht, habe ich mich über Skype endlich mal wieder nach langer Zeit mit Bruder Michael eingefunden, der die letzte Zeit so wahnsinnig viel beschäftigt ist, dass wir leider wenig Zeit hatten, zusammen irgendwelche Lesungen machen zu können. Und ich freue mich immer, wenn Bruder Michael mich bei den Lesungen des Griesinger Buches jetzt im zweiten Band, wo wir geblieben sind, begleitet. Und heute haben wir die siebte Lesung, das ist ja immer eine schöne Zahl und genau zu der perfekten sieben kommt der Bruder Michael wieder dazu. Also Michael, herzlich bist du eingeladen, mich in dieser Sitzung zu begleiten. Und ich habe dir vorhin die Lesung 5 und 6 von Griesinger geschickt, dass du dich noch ein bisschen einhören kannst, bevor wir jetzt in Lesung 7 einsteigen, dass du gut informiert bist, worüber es geht. Und dann kannst du unseren Zuschauern ja noch mal eine kurze Zusammenfassung geben dessen, was du gerade gehört hast, weil du hast noch eine interessante Sache entdeckt, die wir dann auch gleich auf Wikipedia mal lesen werden. Aber erstens mal, Michael, herzlich willkommen zur Sendung heute. Hallo Jörg, hallo liebe Verfolger, Archivierer, Privathistoriker, Leser und Hörer von Joggler und Jogglers Wars und Disinfo. Ich freue mich, heute Abend dabei sein zu dürfen und danke für die Einladung. Ich habe mir dann heute Abend oder heute Nachmittag in einem Hörmarathon sozusagen die Folgen 5 und 6 der Griesinger Rotes Buchlesung angehört und war dann sehr, sehr zufrieden, dass da in der Folge 5, also der vorletzten sozusagen, jetzt auch dieser Fall von Lavalette zur Sprache kam, der dazu beigetragen hat, 1761 vor dem französischen Gerichtsgericht die Secreta Monita der Jesuiten zu publizieren und zu offenbaren, erstmalig, sodass quasi das gemeine Volk dann auch die Möglichkeit hatte, mal die Verfassung der, die Konstitution der Jesuiten kennenzulernen zu lernen und aufgrund dessen natürlich dann auch zu einem ganz anderen Bild gelangt ist, als dieses Bild, was die Jesuiten von sich selber aus so gerne dann in die Welt heraus projizieren. Und aufgrund dieses unheimlich wichtigen Gerichtsprozesses hat man dann nachher nicht nur ein Urteil gesprochen und dieses Urteil lautete dann, dass die Jesuiten in Frankreich allgemein schuldig wären, da sie ja kein Privateigentum besäßen, sondern alles Eigentum des Ordens ist und damit quasi, so wie ich es verstanden habe, gesamtschuldnerisch haftbar zu machen sind. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille, die andere fällt aufs wichtigere Seite, ist eigentlich diejenige, dass die Menschen aufgrund dieser publizierten Secreta, also dieser geheimen Konstitution, Secreta Monita zum ersten Mal in der Lage überhaupt gewesen sind, die geheimen Riten, die geheimen Instruktionen, die geheime Verfassung der Jesuiten überhaupt kennenzulernen und dann überhaupt sich erstmal ein Bild davon zu machen, worum es diesem Orden überhaupt geht. Und wie begeistert diejenigen gewesen sind, kann man alleine schon daran ermessen, dass sie 1763 in Frankreich dann verboten worden sind. Das heißt, zwischen dem Gerichtsprozess und dem Verbot der Jesuiten in Frankreich liegen noch nicht mal oder gerade mal anderthalb bis zwei Jahre. Das heißt, da hat man also recht schnell auf Rechtswegen reagiert und konnte dann aufgrund dessen die Beweise, die offengelegt worden sind, dann wiederum gegen die Jesuiten verwenden. Also die Beweise, die Jesuiten eigentlich um ihre Unschuld sozusagen zu beweisen, vorgelegt haben, wurden dann gegen sie verwendet. Und da habe ich dann halt geschaut, ob dieser Fall des Lavalettes irgendwo im Internet mal, also ob die Schnelle für das allgemeine Publikum zu finden wäre. Und habe dann ganz normal Google und Wikipedia erstmal gefragt und bin also hingegangen und habe die Suchbegriffe Valette und 1761 eingegeben. Und wo lande ich da? Bei der französischsprachigen Ausgabe von Wikipedia. Da stehen dann ein paar Sätze drin, die der Jörg sicherlich jetzt gerade in seinem viel, viel besseren Französisch als meinigem mal vorlesen kann. Und dann interessanterweise ist es so, dass die Suchbegriffe Valette und 1761 keine besonderen Treffer und schon gar keine Treffer auf der deutschen Wikipedia hinterlassen. Das scheint da wohl für die Autoren unwichtig zu sein. Soweit erstmal meine Zusammenfassung. Ja, vielen Dank dafür, Michael, dass du uns diese Einleitung gegeben hast. Und die Leute sehen das ja hier auf der eingeblendeten Seite. Da steht hier ganz deutlich andere Sprachen, Englisch und Ban Langu. Ich weiß nicht, was Ban Langu ist, aber ich spreche das nicht Englisch. Das spreche ich schon. Und wenn wir jetzt auf die englische Seite gehen, was sehen wir denn da an Informationen? Events, also Gegebenheiten von 1761 in Frankreich. Wir wissen, dass hier der Monarch Louis XV war und dass es ein paar Geburtstage gab und das ist alles, was sie uns auf Englisch sagen. Auf Deutsch sagen sie uns eben gar nichts und von daher gehen wir nochmal auf die französische Seite zurück. Und an der französischen Seite sehen wir also eine deutlich größere Information, die wir hier drin sehen. Und ich werde jetzt mal in meinem gebrochenen Französisch probieren, euch das so gut wie möglich zumindest sinngemäß zu übersetzen, wobei das im Grunde nicht nötig ist. Wir hatten darüber gelesen. Also es geht hier, der 31. März, das ist der 90. Tag des Jahres im Gregorischen Kalender. An diesem Tag, dem 31. März, sind folgende Dinge passiert. Die Eröffnung des Prozesses Lavalette. Darüber hatten wir in dem Griesinger Buch gesprochen und davon hatte ich euch vorgelesen aus Code World Babylon, was P.D. Stewart dazu zusammengetragen hat. Der jesuitische Vater Antoine Lavalette, der sich seit 1741 mit sehr fruchtbaren Geschäften in Martinique beschäftigte für den Orden, wurde ruiniert mit Beschlagnahme seiner britischen Navires. Das müsste irgendwie was mit Geld zu tun haben. Also sein Geld und alles wurde beschlagnahmt, deswegen wurde er ruiniert. Wir hatten das ja auch bei Griesinger bereits gelesen. Il ne peut pas honner une grosse créance due à une société commerciale marseillaise. Also man muss nicht unbedingt eine große Sache daraus machen, um diese marseillanische, also aus Marseille stammende Geschäftsgesellschaft hier zu ehren. Der Advokat der Marseillaner, also der aus Marseille stammende Jansenisten, hat diesen Fall vor das Parlament in Paris gebracht, welches die Jesuiten verdammte, dazu verdammte oder dazu verurteilte, eine Million eineinhalb Livre Tournois, das ist die Währung damals, ja die Livre habe ich auch im Deutschen so vorgelesen, also das sind Livre aus Tournois, es gibt anscheinend verschiedene Livre, selbst in Frankreich, an den Kläger am 8. Mai zu bezahlen, wenn sie nicht Farbe bekennen wollen. Im weiteren Prozess hat der Abbé Chauvelin, und das ist die Person, die hier geinformiert wird, der wurde 1714 geboren, starb 1770 in Notre-Dame de Paris. Dieser Abbé Chauvelin hat den Despotismus denunziert und hat dafür gesorgt, dass die Konstitutionen des Ordens dem Parlament vorgelegt wurden am 17. April. Konstitution de l'Ordre soit soumise au Parlament. Soumise heißt vorlegen, dass die Konstitutionen dem Parlament vorgelegt wurden am 17. April. Also knapp zweieinhalb Wochen nach dem 31. März. Après le check de divers tentatives de Constellation du Conseil dans l'Ordre, le Parlement adopte la conclusion du conseiller janseniste Laverdi. Also mit anderen Worten, nach verschiedenen Besprechungen hat das Parlament den Rat beschlossen, um den Schlussfolgerungen des jansenistischen Laverdi Folge zu leisten. Sie haben, Il interdit aux Jesuites le recrutement des novices. Das heißt, sie haben den Jesuiten verboten, Novizen zu rekrutieren. Et la prononciation de nouveaux vœux. Also neue Novizen auch anzunehmen. Soweit verstehe ich das hier. Ihre Kongregationen und ihre Gruppen oder ihre Niederlassungen sind aufzulösen. Leur collège devront vermer dans un délai d'un an. Innerhalb eines Jahres mussten ihre Colleges, also ihre Universitäten und ihre Kollegien geschlossen werden. Das ist eine interessante Information, was ich jetzt mal eben nur bruchstückhaft mit meinem wenig guten Französisch nie übersetzen kann. Aber das ist eine Information, die man hier schlussendlich in Wikipedia so mal eben findet, in Französisch. Und wie gesagt, nur noch in Banlamgu. Ich habe keine Ahnung, welche Sprache das ist. Und in Englisch steht ja gar nichts drin. Von daher, dass wir eben auch davon sprechen, dass es oftmals Menschen gibt, die von so etwas sprechen als einer Verschwörungstheorie. Weil eine Verschwörungstheorie ist ja nur dann eine Verschwörungstheorie, wenn man sich nicht auf die Suche macht nach den Fakten, die dahinter liegen. Und diese Faktensuche wird halt erschwert, wenn man, wie Michael das gemacht hat, sich einfach nur an seinen Computer setzt und sagt von Ah, wir haben ja heute das Internet, da steht ja alle Informationen drin. Und man sucht eben auf den meist zugänglichen Seiten, Google, Suche, Wikipedia, die Sachen auf. Dann kommt man überhaupt nicht, zumindest nicht im Deutschen, an die Information, die man haben muss. Und deswegen ist die eigene Untersuchung anstellen, und das finde ich sehr gut, dass Michael das hier in der Kürze der Zeit sogar gemacht hat, sehr, sehr wichtig. Das sage ich ja auch immer. Stellt eure eigenen Untersuchungen an. Glaubt nicht mir. Untersucht es selber. Das beste Beispiel, was ich hier nochmal anführen kann, ist, als ich damals das Buch von Tapper Sorsi gelesen habe, Rulers of Evil in Englisch, da hat mich die ganze Zeit, hat mich das genagt, dass der sagt, dass er in der jüdischen Enzyklopädie nachgeschaut hat, wo drin stand, dass die Rothschilds die Hüter des Vatikanschatzes waren. Und an einem bestimmten Abend hatte ich mit Tom Fresta rübergeschnackt, und wir hatten einfach gesagt, von komm, wir gehen aufs Internet, wir suchen das jetzt mal selbst raus. Und wir haben das auch tatsächlich nach knapp zwei Stunden Suche gefunden, nicht weil wir so wunderbare Researcher sind, weil ich so blöde war, dass ich noch nicht mal wusste, dass man, wenn man eine Internetseite hat, wie zum Beispiel jetzt hier Wikipedia, und man sucht etwas auf dieser Seite, dann drückt man Eintracht Ctrl F. Und dann geht da oben eine Suchmaschine auf. Ach, guck mal, ist das nicht toll? Das wusste ich damals aber nicht. Da haben wir uns durch die jüdische Enzyklopädie durchgesucht, bis wir den Artikel gefunden haben. Und das ist ein langer, das sind viele, 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 viele Seiten. Mit zwei Leuten haben wir knapp zwei Stunden gebraucht, Tom und ich. Aber wir haben es selbst gesucht. Es ist nur die Wahrheit, die man selbst rausfindet, für einen relevant, um zu verstehen und um zu glauben. Und das finde ich sehr wichtig dabei, dass Michael sich eben die Mühe gemacht hat, in der Kürze der Zeit doch mal eben nachzuschauen, was finde ich denn, wenn ich 1761 Lavalette Jesuiten Frankreich irgendwie eingebe im Internet. Und dann sehen wir ja, welche wenige Informationen wir darüber bekommen. Und deswegen finde ich es sehr schön, Michael hat uns jetzt auf die Sache eingestimmt. Und wir sind jetzt natürlich inzwischen im nächsten Kapitel, weil das war ja noch in dem Kapitel davor, da ging es ja um die Bankrotte oder die fälschlichen Bankrotte, die die Jesuiten gemacht hatten, um damit die Leute zu betrügen, zu behumsen und zu bescheißen, um es mal auf Hochdeutsch zu sagen, und den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und jetzt sind wir ja schon etwas weiter. Wir sind im nächsten, fünften Buch angekommen. Inzwischen die Ehrlichkeit der Jesuiten, wo wir natürlich wissen, dass wir die Ehrlichkeit der Jesuiten am besten zwischen Anführungsstriche setzen. Oder die Söhne Loyolas in ihrer wahren Gestalt. Ja, und da hatten wir ja letztens den Fall besprochen von den Cardenas. Und bevor jetzt der Autor in den nächsten Fall reingeht, habe ich gesagt, machen wir hier eine Pause. Und hier werden wir jetzt heute in der nächsten Lesung weitermachen. Ihr seht, letzte Lesung war am 19.10., also liegen ein paar Tage dazwischen. Ich kann ja auch nicht jeden Tag hier die Dinge vorlesen. Aber Michael, auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank dafür, dass du die Untersuchung gemacht hast. Und dass du uns jetzt diesen Wikipedia-Artikel zur Verfügung gestellt hast. Und hast du noch eine Bemerkung oder eine Frage oder sonst was, bevor ich jetzt anfange zu lesen? Oder soll ich anfangen? Du darfst gerne anfangen. Ich habe dann sicherlich in der Mitte oder am Ende meine Fragen und Kommentare. Da gehe ich ja von aus. Gut, genau. Dafür bist du da. Sonst kann ich das ja gleich von Anfang an alleine machen. Aber das ist ja viel schöner zu zweit. Also, wir hatten jetzt gerade davor über den Fall von Cárdenas gesprochen. Und der starb zum Schluss wenige Monate nach Erhalt des Geldes. Also hatte nicht mal mehr die Zeit, um von seinem Bistum, äh, von seinem Bistum, nicht Geldes, sondern hat das Bistum zurückbekommen. Und nach Erhalt des selben Stab, wenige Monate danach, und hatte also nicht mal mehr die Zeit, um davon auch wirklich noch Besitz zu nehmen. Zum dritten Male. Ganz dieselbe Gewalttätigkeit, sagte Otto dann weiterhin, bewiesen die Söhne Loyolas auch gegen den frommen Don Johann Palafur, welcher die verschiedenen Ämter und Würden eines Erzbischofs von Mexiko und eines Bischofs von Angelopolis und Osina in seiner Person vereinigte, so dass man hätte meinen sollen, ein solcher Mann sei viel zu hoch gestellt gewesen, als dass sich jemand an ihn gewagt hätte. Wobei ich persönlich eben mal denke, die Stadt, die hier genannt wird, Angelopolis, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das ein Originalname von Los Angeles früher war. Das kann ja vielleicht der Michael mal eben in der Zwischenzeit raussuchen, ob ich damit recht habe. Weil er war ja Erzbischof von Mexiko und das würde ja passen, Angelopolis, das liegt ja nun nicht so weit weg von der mexikanischen Grenze. Eben auch in Kalifornien. Wir haben ja Baja Kalifornien, was hinüber geht nach Mexiko. Nur mal so eine Idee eben, von mir, während ich das hier lese. Danke Michael, dass du das zwischenzeitlich mal raussuchst. Wenn du da Informationen drüber hast, dann kannst du dich natürlich während der Lesung melden. Also, man sollte meinen, dass ein solch hochgestellter Mann, oder dass dieser Mann zu hoch gestellt wäre, Erzbischof und Bischof, als dass sich jemand an ihn gewagt hätte. Allein, vor wem haben die Söhne Loyolas je Angst oder Furcht gehabt? Ha, sie haben doch nicht einmal Angst vor Königen und Kaisern und somit auch ganz gewiss nicht vor einem Erzbischof, zumal, wenn dieser recht fromm und gottesfürchtig war. Die erste Ursache des schlimmen Streites zwischen Palafor und den Herren Patres ist in der Habsucht der Letzteren zu suchen, denn dieselben gaben sich alle Mühe, verschiedene Zehnten, welche rechtlich der erzbischöflichen Kathedrale in Mexiko gehörten, auf Schleichwegen oder auch mit Gewalt an ihre Kollegien zu bringen und nötigten dadurch den Erzbischof bei der königlichen Regierung klagbar, gegen sie zu werden. Dies ärgerte die Jesuiten und noch ergrimmter wurden sie darüber, dass der Erzbischof den Prozess in allen Instanzen gewann. Sie suchten sich daher an ihm zu rächen und benützten dazu jede sich ihnen darbietende Gelegenheit. Der beste Weg aber, ihn ihren Hass fühlen zu lassen, deuchte ihnen zu sein. Also das ist ein wirklich schönes altdeutsches Wort. Deuchte ihnen zu sein. Ich glaube, jeder versteht es. Nur da jetzt das passende moderne deutsche Wort zu finden, fällt mir jetzt Augenblick ein bisschen schwer. In Gedenk fiel ihnen ein, der zu sein, dass sie sich seiner Gerichtsbarkeit entzögen und so täten, als ob er gar nicht für sie auf der Welt sei. Nun ist es Gesetz in der katholischen Kirche, dass niemand in einer Diözese das Priesteramt ausüben darf, ohne Einwilligung des betreffenden Bischofs. Dafür ist er ja da. Und namentlich befiehlt das Tridentinische Konzil allen Ordensgeistlichen, ohne Ausnahme, wenn sie irgendwo Beichte hören oder predigen wollen, vorher am Bischofssitze ihre Bevollmächtigung hierzu vorzuweisen. Dies ist ein so wichtiger Satz. Und wie gesagt, ich habe wie das ganze Buch hier noch nichts vorgelesen. Ich lese es auch zum ersten Mal. Aber das ist ein so wichtiger Satz, dass ich da eben noch mal ein wenig mehr drauf eingehen möchte. Wer meine aktuelle Lesung von Romanismus und die Reformation verfolgt, der weiß, dass wir uns da kurzzeitig damit beschäftigt haben, dass in Romanismus und die Reformation wir von Fällen gesprochen hatten, wo eben die römisch-katholische Kirche sich anmaßt, weltweit das Recht zu haben, Bischöfe in ihre Ämter zu setzen. Und natürlich, die Bischöfe sind die Vorgesetzten der Dekanen und der Priester, also der Untergeordneten. Deswegen ist es wichtig, dass der Papst weiß, oder dass die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche weiß, wen sie als Bischof da in diese Funktion reinsetzen. Weil der Bischof hat ja eine Kontrollfunktion über diejenigen, die unter ihm sind. Und wir hatten in Romanismus und die Reformation davon gesprochen, dass es unter anderem ja damals der deutsche Kaiser Heinrich IV. war, der in 1077 dann beim Papst zu Fuß gekrochen ist oder zu Kreuz gekrochen ist und ihm die Füße geküsst hat, im Gang nach Canossa, wo er dann seine Eigenmächtigkeit zurückgenommen hat, wo er damals den Bischöfen in seinem Herrschaftsbereich gesagt hat, dass sie ihm unterstellt seien und dass sie nicht dem Papst unterstellt seien, dass sie ihm Treue schwören müssten und nicht dem Papst Treue schwören müssten. Und das hat dann letztendlich zum Gang von Canossa geführt. Das könnt ihr euch dann in Romanismus und die Reformation anschauen. Da habe ich da ziemlich ausführlich drüber gesprochen. Und es ist in der heutigen Zeit genau dieselben Fälle gibt, weil zum Beispiel China auch in den letzten Jahren sich angemaßt hat, sage ich jetzt mal, seine eigenen Bischöfe zu ernennen. Und Rom ist da natürlich überhaupt nicht mit einverstanden. Und jetzt lesen wir hier, wie der Autor sagt, warum, was ist denn das Wichtige an dem Bischof? Es wurde bereits im Tridentinischen Konzil festgelegt. Das Tridentinische Konzil, das ist ein Punkt, auf den kommen wir immer wieder zurück, wenn wir uns mit den Jesuiten beschäftigen. Weil das Tridentinische Konzil liegt in der Anfangsphase des Jesuitenordens. Das fand statt zwischen 1545 und 1563. Und ich will jetzt auch gar nicht zu sehr auf die verschiedenen Dinge da eingehen. Nur, als das Tridentinische Konzil abgeschlossen war, da war ganz klar, dass die römisch-katholische Kirche in einem Krieg mit den Protestanten stehen wird. Und sie haben am Ende des Konzils von Trient 125 Verfluchungen anathemas und Verfluchungen gegen die Protestanten ausgesprochen. Diese Verfluchungen sind heute, 2018, ob ihr es glaubt oder nicht, immer noch gültig. Das Tridentinische Konzil wurde dann nochmal bestätigt im Zweiten Vatikanischen Konzil, nach dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870, das Zweite, 1962 bis 1965, das Ökumenische Konzil. Und da wurde alles bestätigt, was in Trient damals gesagt wurde. Es wurde nichts zurückgenommen. Ja, sie haben hier und da die Dinge anders eingekleidet, sie haben den Dingen andere Namen gegeben, nach dem Motto, die Heretiker sind jetzt auf einmal geteilte Brüder. Aber an der Situation war nichts verändert, ist nichts verändert und war nichts verändert. Das muss man ganz deutlich mal so sehen und sagen. Nun, das Tridentinische Konzil ist darum wichtig, weil es ein ultramontanes Konzil ist. Weil die Beschlüsse, die in Trient gelegt wurden, bis heute bindend sind. Und wer erinnert sich nicht an das tolle Video von Bischof Athanasius Schneider, in dem ich ja habe zeigen können, dass in dem Interview von Athanasius Schneider, der Weihbischof von Astana in Kasachstan, als er gefragt wurde, ja, aber hör mal, der Papst, der hat im Flugzeug doch auch eine Frage hin gesagt, dass die, dass die, dass die Rechtfertigungslehre von Martin Luther, dass er der doch zustimmt. Was sagen sie denn dazu? Und Athanasius Schneider hat ganz kalt gesagt, was der Papst im Flugzeug sagt, interessiert einen feuchten Kehricht oder das ist so viel, so wichtig wie Nassafurz. Das, was im Konzil von Trient gesagt wurde, das, was ex cathedra gesprochen wird, das ist unfehlbar. Das Konzil von Trient ist die Grundlage der römisch-katholischen Kirche, so wie wir sie heute verstehen sollen. Ja, das ist ganz wichtig. Deswegen, wenn der Griesinger hier das Konzil von Trient anspricht, möchte ich da immer noch mal kurz drauf eingehen. Und was sagt er hier? Das tridentinische Konzil hat allen Ordensgeistlichen ohne Ausnahme, wenn sie irgendwo Beichte hören oder predigen wollen, vorher am Bischofssitz ihre Bevollmächtigung hierzu vorzuweisen. Das heißt, ein Priester, der sich dann eben nicht an diese tridentinische Politik hält, an diese tridentinischen Weisungen hält, der könnte ja tatsächlich mit seinem Wissen aus dem Beichtstuhl Dinge machen, die die Kirche so gar nicht will. Er muss sich immer der Kirche unterstellen und muss die Informationen aus dem Beichtstuhl seinem Vorgesetzten geben. Und das ist der Bischof. Und deswegen ist es für die römisch-katholische Kirche so wichtig, dass sie diejenige ist, die die Bischöfe in den betreffenden Diözesen einsetzt. Nun ist es Gesetz in der katholischen Kirche, dass niemand in der Diözese das Priesteramt ausüben darf, ohne Einwilligung des betreffenden Bischofs. Weil, wenn er das tun würde, dann wäre ja im Grunde der Bischofssitz auch überflüssig. Und namentlich befiehlt das tridentinische Konzil allen Ordensgeistlichen ohne Ausnahme, wenn sie irgendwo Beichte hören oder wenn sie predigen wollen, vorher am Bischofssitz ihre Bevollmächtigung hierzu vorzuweisen. Nun, was haben jetzt die Söhne Loyolas mit dieser Auslegung vor? Wenn also die Söhne Loyolas fährt der Autofahrt in dem Sprengel des Erzbischofs von Mexiko priesterliche Funktionen verrichten wollten, so mussten sie, wenn sie sich unter das Konzil von Trient stellen, so mussten sie entweder dem Letzteren in Person Ober oder aber seinem Generalvikar die nötige Anzeige machen, respektive ihre Vollmachten übergeben. Und wenn sie dies nicht taten, so hatte der Erzbischof das Recht, ihnen alle geistlichen Funktionen bis auf weiteres zu verbieten. Was heißt denn das? Mit anderen Worten, er hätte die Möglichkeit, die Jesuiten in ihrer geistlichen Lehre vollständig zu kastrieren. Er könnte ihnen alle Möglichkeiten wegnehmen, sie könnten keine Beichte abnehmen, sie könnten keine Messe lesen, die Eucharistie nicht feiern, sie könnten keine Ehen schließen und so weiter und so weiter. Sie könnten keine letzten Salbungen vornehmen und dadurch könnten sie auch nicht, wie wir vorher bereits gelernt haben, durch diese letzten Salbungen an die Erben der Leute rankommen. Also mussten sie sich was einfallen lassen. So sprach das kirchliche Gesetz, sagt der Autor, und so musste es auch sein, wenn nicht die größte Unordnung einreißen sollte. Das habe ich ja glaube ich deutlich gemacht, dass das für Ordnung im antichristlichen System sorgen soll. Denn im umgekehrten Fall hätten ja alle möglichen unbefugten Subjekte die Kanzel und den Beichtstuhl besteigen und so das Priestertum herabwürdigen können. Was taten nun aber die Söhne Loyolas? Sie maßten sich in ganz Mexiko das Priestertum an, ohne je irgendeine Vollmacht vorzuzeigen. Gerade als ob für sie das bewusste Gesetz nicht vorhanden wäre. Gerade als ob sie sich an das Konzil von Trient, das sie selbst geleitet haben, sich nicht hätten halten müssen. Diesem Unfug zu steuern, forderte sie der erzbischöfliche Generalvikar unter dem 6. März 1647 auf, ihm ihre Ermächtigungsbelege zu weisen und einstweilen, bis dies geschehen sei, sich des Beichthörens und Predigens zu enthalten. Darauf antworteten die Jesuiten, sie hätten ein Privilegium vom Papste überall in der Welt priesterliche Rechte ausüben zu dürfen, ohne erst von den betreffenden Bischöfen die Erlaubnis dazu einholen zu müssen. Tja, das dürfte dann zurückgehen auf die Bulle in Jungtum Nobis, die wir bereits im ersten Band von Griesinger gelesen haben. Nun gut, sagte der Generalvikar, so zeigt mir dieses euer Privilegium und dann will ich euch unbelästigt lassen. Allein, auch darauf gingen die Patris nicht ein, sondern sie meinten vielmehr, sie besäßen noch ein weiteres Privilegium, das sie vom Vorzeigen des Ersteren dispensiere. Diese Frechheit muss man sich mal vorstellen. Da sagt der Generalvikar des Erzbischofs noch, in Ordnung, zeigt mir bitte schön eure Erlaubnis und dann lasse ich euch in Ruhe und dann sagen sie, wisst ihr was, wisst ihr was, wir haben noch eine Erlaubnis, die spricht uns sogar davon frei, dass wir dir irgendeine Erlaubnis überhaupt präsentieren müssen. Mit anderen Worten L-M-A-A. Ja, oder Karl Blanche. In Jungturm Nobis, ne? Das war ja die Bulle 1543 von Papst Paul III. Das war eine offenbare Verhöhnung der Erzbischoflichen Würde. Und da sich zu diesem Hohne auch noch der Trotzgesellte, in dem die Patris ganz ungescheut fortfuhren, die Beichtväter, Prediger und so weiter zu spielen, so beschloss Palafor zur Wahrung seiner Ehre gegen solch frechen Ungehorsam ein Beispiel zu statuieren. Jetzt bin ich aber gespannt. Dieses Beispiel aber bestand darin, dass er den Jesuiten bei Strafe des großen Banns jedwede kirchliche Amtsverrichtung untersagte und zugleich allen Christen seines Sprengels verbot, bei ihnen zu beichten oder ihren Predigten anzuwohnen. Also mit anderen Worten hier kommt es zu einem absoluten Machtkampf, zwischen dem Bischof, der eigentlich ein Vorgesetzter der Jesuiten ist und den Jesuiten, die eigentlich meinen, dass sie überhaupt keinen Vorgesetzten in einer normalen Kurie der Kirche haben, weil sie nämlich nur ihre Angehörigkeit dem General der Jesuiten beweisen müssen. Nur ihm sind sie zu Treue verpflichtet. Nach ihrem Schwur nur dem Papst selber sind sie zum gehorsam verpflichtet. Nicht zu irgendwelchen hierarchischen Führern innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Da haben wir also wirklich zwei Gewichte, die gegeneinander knallen. Das ist wirklich ein Machtkampf hier. Was gilt jetzt? Die Jesuiten haben sich niemals der Kurie, also der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche unterstellt. Sie haben immer ihr eigenes Ding gemacht. Deswegen haben sie auch von Anfang an die Päpste, die weißen Päpste besessen, kontrolliert und von daher auch gesteuert, wie sie das auch heute noch tun. Übrigens, da fällt mir ein, da wollte ich mal kurz eine Bemerkung zu geben. Letztens, ich glaube, das war in der Diskussionsrunde von Romanismus und die Reformation, hatte mal eine eingeworfen. Ja, aber wenn dann der Papst der Antichrist ist, aber der schwarze Papst regiert den weißen Papst, dann ist er eigentlich der schwarze Papst der Antichrist. Das ist eine interessante Frage, da hatte ich in dem Augenblick nicht direkt die passende Antwort zu, das ist öfter so, dass man über solche Sachen mal ein bisschen nachdenken muss und dazu fiel mir ein, wenn man die Charakteristiken des Antichristen sich anschaut, wie sie in der Prophezeiung von Daniel in seinen verschiedenen Kapiteln dargelegt werden, wenn man die Dinge berücksichtigt, die Jesus Christus über den Antichristen gesagt hat, wenn man die Dinge berücksichtigt, die Paulus unter anderem im zweiten Thessaloniker Kapitel 2 über den Antichristen gelehrt hat und wenn man sich vor allen Dingen dann eben auch die Prophezeiungen von dem Buch der Offenbarung von Johannes anschaut, dann gibt es keine andere Person als den weißen Papst, als Antichristen. Und da der Antichrist nun mal die Personifizierung Satans hier auf Erden ist, spielt es für mich im Grunde keine Rolle, ob weißer Papst oder schwarzer Papst, es geht um das Amt, es geht nicht um die Person. Und das Amt des Papsttums ist das Amt des Antichristen. Da spielt es keine Rolle, dass dahinter vielleicht noch eine andere Rolle spielt, es geht um das Amt und es ist absolut unerlässlich für einen, jeden um zu verstehen, dass was auch immer wo irgendwo gelehrt wird, es ist nur der Papst der römisch-katholischen Kirche, der der biblische, prophetische und historische Antichrist ist, auch wenn die menschliche Person davon vielleicht von anderen Menschen gelenkt wird, aber das Amt ist der Antichrist. Du wolltest da was zu sagen, Michael. Dieses Amt ist ja auch übertragbar, wenn die Menschen dann halt denken, das ist dann der Papst Johannes Paul der Zweite gewesen oder Pius der Zwölfte oder wer auch immer oder Pio None oder 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 oder. Ne, ne, das sind alle Komma diejenigen, welche sich anmaßen, sich in den Tempel Gott in den Tempel zu setzen und sich anmaßen und zu spielen, sie werden Gott. Jede einzelne Person, die dieses Amt bekleidet hat, seit Bonifaz den Dritten in 606, seitdem, jede Person, die auf dem Stuhl gesessen hat, ist der biblische, historische und prophetische Antichrist. So einfach und deutlich ist das. Ja? Damit nehme ich nichts weg von der Macht, die der schwarze Papst hat, aber es geht hier um das Amt des Antichristen. Ja, aber der schwarze Papst bezeichnet sich ja gar nicht als schwarzen Papst. Der schwarze Papst ist ja nur ein umgangssprachlicher Name. Er bezeichnet sich ja selber als General der Jesuiten. Das ist richtig, Er bezeichnet sich als General der Jesuiten und in der Verfassung der Jesuiten, Michael, nicht vergessen, steht 500 Mal geschrieben, dass der General des Jesuitenordens als Jesus Christus im Fleisch anzusehen ist. Das steht da drin. Aber das nimmt trotzdem nichts weg von der Tatsache, dass nur das Amt des Papstes der Antichrist ist. So hat Gott es bestimmt in seiner Bibel. Und er hat seinen Grund dafür gehabt, dass er es so bestimmt hat. Es ist ja derjenige, der sich sichtbar für die Menschen dahin setzt und sich Gott gleich macht. Sich Gott gleich. Es ist derjenige, der sich als Freund Jesu Christi ausgibt, der Judas in der modernen Welt. Ja, der Judas der modernen Welt und das ist halt der Papst. Ja, richtig. Na gut, da wollte ich nur noch mal kurz drauf ein. Ja, da könnten wir eine halbe Stunde drüber reden. Ja, da könnte ich einen halben Tag drüber reden, aber da geht es nicht drum. Genau. Hast du das mit Los Angeles eventuell schon nachschauen können? Ja, ich habe dir ein Bild, also ich habe ein Bildbeweis. Achso, du hast hier was geschickt. Ja gut, das wüsste ich ja nicht. Ja, ein Bildbeweis geschickt sozusagen, kannst du mal draufklicken und das größer machen, also da steht es zumindest so drauf, dass es dann an dem so ist, an deiner Vermutung wäre. Ah ja, Los Angeles Angelopolis, genau, da sehen wir es stehen. Danke, dass du das rausgesucht hast. Stadt der Engel. Stadt der Engel, ja. Da könnte man jetzt auch wieder zu sagen, welcher Engel. Der Gefallene natürlich. Ja, eben. Ne, wunderbar. Schön, Michael, danke, dass du uns das rausgesucht hast. Das wäre jetzt ja eine tolle Allegorie, wenn wir jetzt mal überlegen, dass Los Angeles in meinem kleinen geografischen Verständnis an so einem Graben liegt. Ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, 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 aber das Sand, 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 sowieso Graben. Da glaubst du, da gab es glaube ich sogar mal einen James-Bond-Film, oder war das San Francisco mit dem, naja gut, also auf jeden Fall. Die beiden liegen ja auch nicht weit auseinander, San Francisco und Los Angeles. Ja, ja, ja. Das wäre eine schöne Allegorie, wenn diese Stadt dann irgendwann mal von großen Erdbeben betroffen wäre, so wie Sodom und Gomara, weil Los Angeles hat ja auch mit dem Heiligen Wald Hollywood ja dann doch so einiges auf dem Kerbholz. Ja, also das große Beben fand statt 1906, wenn ich mich nicht irre, in, äh, oder 1916 in San Francisco. Und da warten sie auch immer noch auf das große Beben, das ja irgendwann kommen wird. Das liegt ja sowieso da an einem, an diesem Feuerring, was Vulkane und, und, und Erdbeben ausmacht auf dieser Welt. Da können sich die Leute ja gerne mal erkundigen. Aber mir fiel halt nur einfach ein, der Name Angelopolis und dann die Dichter zu Mexiko. Und sie sagen, das könnte ja heutzutage Los Angeles sein. Von daher schön, dass du das rausgesucht hast. Da gibt es San Andreas Verwerfung heißt die, glaube ich, ja. Aber da gibt es ja auch ganz viele Orte in den Vereinigten Staaten, wo man ja einen christlichen Hintergrund vermuten könnte. Beispielsweise ja nicht nur Los Angeles, sondern ja auch Maryland oder zum Beispiel in Texas, glaube ich, ist es... Katholischen Hintergrund, meinst du nicht christlich? Habe ich kapplich christlich gesagt? Du hast christlich gesagt. Schneid das raus, schneid das raus. Gibt ja gar nichts. Corpus Christi zum Beispiel in Texas. Ja, unter anderem ja. Das ist, glaube ich, die Stadt, wo Farrah Fawcett geboren worden ist. Wer Farrah Fawcett nicht kennt, der ist deutlich unter 50. Ja, das stimmt. Gut, also, dann fahren wir mal eben fort in der Lesung jetzt hier. Aber schön, dass wir hier eine Bestätigung haben, davon, dass meine, mein Gedanke zu, zu dem Angelopolis richtig war, dass das tatsächlich Los Angeles ist. Aber lesen wir weiter. Sicherlich befand sich der Erzbischof in seinem vollsten Rechte. Ach ja, das hat das Konzil von Trient so beschlossen. Und wenn die Jesuiten, wie sie sich doch immer rühmten, treue Söhne der Kirche gewesen wären, so hätten sie sich ungesäumt seinem Befehle unterworfen. Daran dachten sie jedoch auch nicht einen Augenblick lang, sondern es ergriff sie vielmehr die grenzenloseste Wut und sie beschlossen, ihren hochwürdigen Widersacher unter allen Umständen niederzubeugen. Nun war der damalige Vizekönig von Mexiko, welcher das Land im Namen des Königs von Spanien beherrschte, ihr besonderer Freund. Und da sie diese Freundschaft sofort durch ein beträchtliches Geschenk noch steigerten, so glaubten sie wohl hoffen zu dürfen, dass er sich ihrer nötigen Falls durch einen Gewaltakt annehme. An ihn wandten sie sich also und übergaben ihm eine lange Beschwerdeschrift, aus welcher erhellen sollte oder vorgehen sollte, wie sehr sich Palafor gegen den hochheiligen Orden Jesu vergangen habe. Der Vizekönig aber gab ihnen sofort Recht und befahl dem Erzbischof die Jesuiten unter Zurücknahme seiner Bannandrohung ungestört das Beicht- und Predigeramt wie bisher ausüben zu lassen. Hiegegen protestierte natürlich Palafor als gegen einen ungesetzlichen Befehl und zugleich stellte er dem Vizekönige vor, wie durch ein solches Verfahren alle hierarchische Ordnung in der Kirche umgeworfen würde. Ich habe da nur mal eben eine kleine Bemerkung zuzumachen. Wie kann sich ein König anmaßen, einem Bischof Befehle zu geben, wo doch die weltliche Gewalt der spirituellen Gewalt unterstellt ist? Das alleine ist ja schon mal ein Aufruhr hier, dass der Vizekönig meint, einem Bischof sagen zu können, was er zu tun und zu lassen habe. Infolgedessen, fährt der Autor fort, wurde der Stellvertreter der spanischen Monarchen doch etwas stutzig und er war nahe daran, dass er seinen voreiligen Befehl wieder zurückgenommen hätte. Allein, nun ließen die Söhne Loyolas auch die letzte Mine springen. Plötzlich nämlich erkühnten sie sich, den Erzbischof nebst seinem Generalvikar und all seinen Offizialen in den Bann zu tun und diese Exkommunikationszentenz, also Verurteilung, welche von den gröbsten Lästerungen, Verleumdungen und Infamien wimmelte, ließen sie unter Pauken und Trompetenschall in allen Straßen der Stadt Mexiko öffentlich verlesen. Zitat Wer, er möge auch einem Stande angehören, welchem er wolle, wer, so hieß es in dieser Sentenz, von diesem Augenblick an dem Erzbischof und seinem Offizium noch gehorche oder anhänge, der mache sich der Rebellion schuldig und Leute von Rang sollten in diesem Fall um 2000 Dukaten oder, wenn unvermöglich, mit vierjähriger Festungsarbeit, Leute von niederem Stande aber mit 200 Routen streichen und vierjähriger Sklaverei in den Bergwerken bestraft werden. Ende Zitat Man sieht, die Söhne Loyolas ergriffen keine halben Maßregeln und es handelte sich jetzt nur darum, ob der Vizekönig ihr verwegenes Unterfangen mit seiner weltlichen Macht unterstützte, denn ohne diese wären sie machtlos gewesen. Ein ganz wichtiger Satz, vor allen Dingen in Bezug auf heute. Ach Jörg, wie kann denn der Papst Macht haben? Der Papst hat doch nicht mal eine Armee? Nein, aber wie das hier mit dem Vizekönig auch ist, wenn ich die Könige und die Vizekönige beherrsche, dann beherrsche ich auch deren Macht und wenn ich das nicht tue, wenn ich diese Macht einfach nicht mehr anerkenne, dann sind sie machtlos. Wenn ich morgen der Regierung hier in Belgien die Autorität entziehe durch Gehorsams Verweigerung und zwar nicht ich alleine, sondern das ganze belgische Volk das machen würde, dann wird es übermorgen keine belgische Regierung mehr geben und in Deutschland genau dasselbe. Und wenn die ganzen Könige, leider ist es in der Bibel ja vorher geschrieben, dass es so passieren wird, Offenbarung 17 Vers 2, können wir mal eben nachschauen, Offenbarung 17 und dann Vers 2, wartet mal eben, da steht geschrieben in der Schlachter 2000 mit der die Könige der Erde also hier geht es um die Hure von Babylon mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die welche die Erde bewohnen trunken geworden sind. Wenn wir diesen Königen unsere Gehorsamkeit aufkündigen oder wenn diese Könige der Hure von Babylon ihre Gehorsamkeit aufkündigen würden, dann hätte sie überhaupt keine Macht. Das Problem ist nur, dass die meisten Einwohner meines Landes, in dem ich wohne und eures Landes, in dem ihr wohnt, dass die einen Geist haben, die sich lieber vom Geist des Satans leiten lassen, als vom Geist Gottes. So leid es mir tut. Das ist nun mal so. Sonst wäre die ganze Welt christlich und hätte der Satan sowieso keine Chance. Ohne jetzt hier vom Hundertstel ins Tausende zu kommen und abzuschweifen, bis ihr überhaupt nicht mehr versteht, worüber ich spreche. Der Punkt, den der Autor hier macht, dass er sagt, man sieht, die Synodiole ergriffen keine halben Maßregeln und es handelt sich jetzt nur darum, ob der Vizekönig ihre Verwegnis unterfangen mit seiner weltlichen Macht unterstützte, denn ohne die weltliche Macht des Vizekönigs wären selbst die Jesuiten machtlos gewesen. Auf wen verlasse ich mich? Wem trage ich Rechnung? Wem gebe ich meine Treue und mein Gehorsam? Das ist die Frage, die hier entbrannt und das ist hier in Offenbarung 17, 2 genau dasselbe. Die Könige der Welt, die Regierenden dieser Erde haben sich dazu entschlossen, den Wein Unzucht zu treiben und der Wein dieser Unzucht macht die ganze Bevölkerung dieser Erde betrunken. Und wie ist man, wenn man betrunken ist? Man kann nicht mehr klar denken. Und dass in dieser Welt die meisten nicht mehr klar denken können, das muss ich ja noch nicht besonders noch irgendwo beschreiben. Das weiß ja wohl jeder. Und übrigens ist dieser Satz, Offenbarung 17, Vers 2, auch ein ganz deutlicher Beweis für diejenigen, die immer die Frage stellen, von Ja, Jörg, wo steht denn in der Bibel geschrieben, dass wir uns nicht mit Politik beschäftigen sollen? Michael, du verstehst das doch, wieso man aus Offenbarung 17, Vers 2 ganz deutlich herauslesen soll, dass man sich nicht mit Politik beschäftigen soll, oder? Ja, natürlich. Ich habe ja auch das nie in Abrede gestellt. Nein, das weiß ich. Das weiß ich. Ich wollte dich nur in die Rede hier einbeziehen. Ja, ja, schon klar. Es ist halt einfach, Es soll einfach immer auch eine Trennung zwischen Kirche und, ach so, nee, ich wollte jetzt einen anderen Vers zitieren. Wenn ich wählen gehe, Michael, Ja, ich habe jetzt einen anderen Vers. Und ich unterstütze die Könige der Erde, von denen ich weiß, dass sie Unzucht betreiben mit der Hure von Babylon, und ich unterstütze sie durch wählen zu gehen oder mich politisch sogar zu engagieren, dann bin ich ja nicht besser. Dann treibe ich auch Unzucht mit der Hure von Babylon. Ja, und Jesus sagt ja auch, gibt Gott, was Gottes ist, und dem König, was des Königs ist. Und in dem Moment, wo halt ein König seine weltlichen Gesetze anwendet, kann ich ja nicht zwei Herren dienen. Und da ich dem Vater im Himmel diene, kann ich ja gar kein Amt bekleiden, um dem König zu dienen. Ja, ich bin zwar hier in dem Staat sozusagen ein Bürger, ohne Rechte allerdings, aber ich kann ja gar keine öffentliche Position eigentlich als Christ bekleiden, weil ich ja ansonsten dem König diene. Und die Frage ist eben, welchem König diene ich? Ja, gut, das ist jetzt schon fast metaphysisch, ne? Nein, dem König des Königreichs Christi, Jesus Christus, oder dem König hier. Ja, aber das ist ja genau dieser Punkt. Welchem Gott dienst du? Und da ist halt einfach die Frage, oder die Antwort ist halt einfach, für mich, die über 99 Prozent der Menschen, die ich zumindest kenne, die nehmen den Mammon. Ja. Die bauen sich halt einfach ein goldenes Kalb und schwelgen halt und rennen den ganzen ihr ganzes Leben halt einfach nur dem Geld hinterher. Und für die ist halt die Zahlen und Bilanzen und Sparbücher und Besitztümer halt einfach so das Wertvollste. Also das finde ich immer ganz interessant, wenn halt die Menschen halt meinen, sie hätten etwas erreicht, weil sie zu Reichtum gekommen sind, dass es dagegen ist, wahres Reichtum reinigt um den Himmel zu finden. Aber um mal den Bogen wieder zurückzuspannen hier zu Griesinger, was mir eben aufgefallen ist bei dem Streitgespräch sozusagen zwischen dem Bischof und den Jesuiten ist es einfach so, dass ich glaube, aufgrund des der frühen Zeitraumes von 1647, da war dem Bischof gar nicht bekannt, wie letzten Endes die jesuitische Verfassung überhaupt ist, weil zu dem Zeitpunkt 1647 war ja die Secreta Monita, die wir eingangs besprochen haben, ja noch gar nicht publiziert. Und ich bezweifle, dass dieser katholische Priester halt wirklich gewusst hat, mit wem er da zu tun hat. Naja, für den Erzbischof geht es im Grunde nur darum, irgendein dahergelaufener Mönch von irgendeiner Gesellschaft, ob das jetzt die Gesellschaft Jesu ist oder ein Franziskaner oder ein Dominikaner oder ein Augustiner oder welcher Mönch auch noch immer, hat mir überhaupt nichts zu sagen. Ja, aber ich glaube, er wusste schon, dass die Gesellschaft Jesu eine besondere Stellung hat, das nicht, aber deswegen muss man die Konstitution ja noch gar nicht mal unbedingt kennen. Dass er sie nicht kannte, da gehe ich mal ganz stark von aus, da hast du natürlich irgendwo recht. Aber der Punkt ist, dass die meisten Bischöfe in der römisch-katholischen Kirche vor den Jesuiten gezittert haben, aufgrund dessen, was sie sich alles geleistet haben, die 100 Jahre, die davor gingen, weil wie du sagst, wir sprechen hier von 1647 und die Jesuiten wurden ja offiziell in Wirkung gesetzt 1540, also sie waren bereits über 100 Jahre beschäftigt und die Bischöfe und andere Menschen in der Kurie wussten ganz genau, womit die Jesuiten sich beschäftigen, aber das heißt ja nicht, dass er nicht einen Machtkampf entbrennen kann. Und das hat jetzt gar nicht mal irgendwas mit den Konstitutionen zu tun, die glaube ich innerhalb der römischen Kirche, anderen Vertretern der römischen Kirche ebenso wenig bekannt sind, wie der allgemeinen Welt diese damals nicht bekannt waren, bis halt in Frankreich zumindest in den 1670er Jahren diese, in den 1760er Jahren war es, ne? Ja, 1761. 1761, ne? Also kurze Zeit bevor dann 1773 der Jesuitenorden ja sowieso von Papst Clemens XIV. ganz verboten wurde, dass das den Leuten sowieso nicht bekannt war. Nein, aber der... Ich habe eben auch einen Versprecher gehabt, ich habe eben eingangs gesagt, dass 1763 die Jesuiten verboten worden sind, das ist aber tatsächlich, wie du richtig sagst, 1773 in Frankreich. Ne, ne, 1763 in Frankreich, 1773 durch den Papst Clemens XIV. wurde die allgemeine, das allgemeine Jesuitenverbot ausgesprochen, das war die, die päpstliche, ja, das war die päpstliche Brille, Dominik Akredemptor Noster, mit der die Jesuiten verboten wurden, weltweit. Ne, ne, da hast du ganz, ganz richtig gesagt. Das war richtig. Nur mir, mir ist es nochmal eben wichtig, dass wir auf diesen Satz hier in Offenbarung 17, Vers 2 zurückkommen, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und das ist für mich, und da gehe ich jederzeit mit jedem, der es möchte, eine Debatte ein, das ist für mich der Punkt, wo ganz deutlich die Bibel sagt, wenn man sich eben nicht nur diesen Königen unterstellt, das ist eine Sache. Aber wenn man mit diesen Königen zusammenarbeitet, dann betreibt man selbst Unzucht mit der Hure Babylon. Und wenn ich mich politisch engagiere, ich spreche jetzt nicht von wählen gehen, ich spreche von sich politisch engagieren, dann betreibe ich Unzucht mit der Hure von Babylon. Das ist der Punkt, den ich machen wollte. Das meine ich mit politischem Engagement. Wenn ich mich in dieser Welt politisch engagiere und daher dafür sorge, dass ich da irgendetwas tue, was den Königen der Erde auch noch auf irgendeine Art und Weise hilft, oder wenn ich eben Teil der Exekutive bin, der ausführenden Gewalt, dann arbeite ich mit den Königen der Erde zusammen, die Unzucht treiben mit der Hure von Babylon. Dann betreibe ich selber Unzucht mit der Hure von Babylon. Kann ich mich nicht kein Christ nennen. Das war für mich der wichtige Punkt, den ich machen wollte. Ja, Michael. Das sehe ich genauso. Vor allen Dingen sehe ich es halt in dem biblischen Kontext der Versuchung Jesu, weil der Teufel Jesu ja alle Königreiche dieser Welt angeboten hat. Ja. Und wir wissen ja, wer es angenommen hat. Ja, ja. Und deswegen denke ich halt in meinem kleinen menschlichen, kleinen Geiste, dass je höher Positionen, die du erreichst in dieser weltlichen Organisation, desto mehr korrumpierter du bist, weil du halt einfach noch näher an dieser Macht Satan dran bist. Und deswegen glaube ich, ist es einfach für die Christen am besten, überhaupt gar keine öffentliche große Position zu bekleiden, denn schau mal, der Vater sieht ins Herz und der sieht nicht auf die Position, der sieht nicht auf das, was du darstellst, der sieht nicht auf dein Bankkonto, der sieht einfach nur in dein Herz. Und ich denke, da sind die Menschen, die eben nicht so viel Reichtümer angehäuft haben in dieser Welt einfach viel, viel besser dran, denn die haben ihre Schöpfungskraft, ihren Geist, ihre Arbeitskraft eben nicht für den Mammon geopfert, sondern halt einfach zum Beispiel für andere Menschen oder für eigene Kinder. Ja. Und das ist sicherlich sehr viel erfolgsversprechender, dass es geistige Früchte trägt, denn Geld ist halt einfach tote Materie und tote Materie beten viele Leute an, aber tote Materie kann einem halt einfach keine Glückseligkeit und kein ewiges Leben verschaffen. Das ist richtig. Das ist immer die Geschichte mit Moses und Aaron und dem goldenen Kalb, die kommt immer bei mir auf und jedes Mal, wenn ich dann sehe, der sich da draußen wieder etwas ganz neueres geleistet hat und ganz teures gekauft hat und ganz teures trägt und ganz teure Uhr hat, da denke ich immer, yo, viel Spaß mit deinem goldenen Kalb. Ist halt einfach so, das ist halt einfach für die meisten unverstellbar, dass man halt auch mit weniger unglücklich sein kann, weil diese Welt, die um uns herum ist, uns suggeriert, wir können nur glücklich sein, wenn man es den neuesten, tollsten Brot auf Strich haben, den neuesten Wagen haben, die neuste Feuchtigkeitscreme benutzen, alles andere ist nix, weil nur das wäscht weißer als weiß. Oder was Brasil? Ist auch egal. Am besten nächstes Mal weiter. Okay. Also den letzten Satz nochmal, den wir jetzt ja zur Genüge auch besprochen haben, was der Sinn dahinter ist. Man sieht, sagt der Autor, die Söhne Loyolas ergriffen keine halben Maßregeln und es handelte sich jetzt nur darum, ob der Vizekönig ihr verwegenes Unterfangen mit seiner weltlichen Macht unterstützte, denn ohne diese Unterstützung wären die Jesuiten selbst machtlos gewesen. Aber sie kannten ihren Mann und hatten ihn allzu sehr in ihrer Gewalt, als dass sie dessen nicht gewiss sein konnten. Sein Machtspruch bestätigte also das jesuitische Dekret und das Militär ward angewiesen, den gewalttätigen Maßnahmen der Söhne Loyolas den gehörigen Nachdruck zu geben. Was blieb nun den armen Erzbischof Pallafor übrig? Sollte er nachgeben oder sollte er Gewalt mit Gewalt begegnen? Tja, für einen wirklichen Christen stellt sich diese Frage schon mal nicht, ne? Wohl konnte er das Letztere, denn das Volk war ganz auf seiner Seite und es hätte nur eines Winkes von ihm bedurft, um ganz Mexiko gegen die Jesuiten und ihre Vizekönigliche Kreatur in die Waffen zu rufen. Allein seine Seele schauderte zurück vor Blutvergießen und somit entwich er lieber heimlich aus der Stadt, um sich in ungewohnten Gebirgen auf so lange eine Zufluchtstätte zu suchen, bis ihm von den Höfen zu Rom und Madrid, an die er sich sofort klagend wandte, Gerechtigkeit würde. Ich floh, schreibt er selbst, hinüber an den Papst Innozenz X, was für eine extra Gotteslästerung ist es für einen Antichristen sich unschuldig zu nennen. Ich floh in die Gebirge und suchte in Gesellschaft von Schlangen und Skorpionen jene Sicherheit, die mir von der unversöhnlichen Sozietät der Jesuiten so beharrlich versagt wurde. Nachdem ich 20 Tage unter größter Lebensgefahr und bei einem so drückenden Mangel an Lebensunterhalt dahin gebracht, dass ich oft keine andere Nahrung hatte als meine Tränen, fand ich endlich eine kleine Hütte, bei deren armen Bewohnern ich mich vier Monate lang verbarg. Nun waren die Jesuiten Herren in Mexiko und sie spielten auch wirklich die Herren mit einer Despotie, wie wohl selten ein Usurpater getan hat. Man könnte das wohl nur vergleichen mit dem, was sie damals im Paraguay taten, nehme ich mal so an. Alles musste sich ihrer Willkür beugen und wer es auch nur von Ferne wagte, ihre Schritte zu tadeln, denen erwartete die Verballung oder das Gefängnis, wenn nicht gar das Schaffwort. Niemand sah daher ein anderes Mittel zu seiner Rettung, als wenn er sich zu ihrer Faktion schlug. Und so brachten sie es dahin, dass das Domkapitel den erzbischöflichen Stuhl für erledigt erklärte. Higegen remonstrierten nun allerdings der Generalvikar des flüchtigen Palafor, sowie einige anderer seiner Anhänger, allein man kerkerte sie so schwer ein, dass ihre Stimme nicht mehr gehört werden konnte. Kurz, es geschah alles, was man nur ersinnen konnte, um die Stimme der Gerechtigkeit zu ertöten. Und damit verband man noch einen so abscheulichen Hohn, dass der Teufel selbst es nicht Ärger hätte treiben können. In einer Fußnote lesen wir hier von dem Autor, so stellten die Schüler der Jesuiten eine öffentliche Prozession an, welche nur darauf berechnet war, die Würde des Erzbischofs herabzusetzen. Denn sie führten dabei ein räudiges Pferd in den Straßen herum, an dessen Schweif sie die Bischofsmütze und den Bischofsstab banden, auch fanden sie dazu, auch sangen sie dazu die schändlichsten Gassenhauer, in welchem Palafor als ein Ketzer figurierte und brüllten dem Volke in seinem Namen mit einem Stierhorn den Segen zu. Wie man jedoch eben daran war, einen neuen Erzbischof zu ernennen und hierdurch dem Gebaren der Jesuiten die Krone aufzusetzen, erschien auf einmal im Hafen von Veracruz eine königliche Flotte aus Spanien und mit dieser Flotte kamen Kommissarien an, welche in Begleitung verschiedener höherer Offiziere also bald in der Stadt Mexiko erschienen. Was brachten aber diese Kommissarien nun? Nichts anderes als die Absetzung des Vizekönigs und die Übertragung dieser Würde an den Bischof von Yucatan. Nichts anderes als den Befehl, den Erzbischof Palafor zugleich mit allen Ehren wieder in sein Erzbistum einzusetzen und seine früher erlassene Ordre gegen die Söhne Loyolas aufs strengste durchzuführen. Nicht lange darauf traf auch ein päpstliches Bräve, also ein päpstliches Rundschreiben, ein Brief in Mexiko ein, das ist ein, normalerweise ist eine Bräve das nächst hohe Papier, das ein Papst veröffentlichen kann, neben einer Bulle. Deswegen gibt es ja auch oftmals diese Disputation zwischen Historikern, ob der Erlass, die Jesuiten zu verbieten, in 1773 vom Papst Clement XIV. Dominic Ac Redemptor Noster eine päpstliche Bräve war oder eine Bulle war. Ja, und ich habe dazu meine Meinung bereits früher geäußert, ich lasse mich da auch nicht weiter auf Diskussionen zu ein, aber eine Bräve ist also ein sehr stark autoritatives Papier des Antichristen, des Papstes selbst. Also, nicht lange darauf traf auch ein päpstliches Bräve in Mexiko ein, das die Jesuiten noch härter tadelte als der königliche Brief und ihnen sogar für ewige Zeiten stillschweigen in dieser Sache auferlegte. Ein Bräve, in welchem zugleich Palafor die größten Lobsprüche erhielt und als ein Märtyrer für die wahre Kirche gepriesen wurde. Für diesmal also pflegte die gerechte Sache, siegte, Entschuldigung, für diesmal also siegte die gerechte Sache. Und es gelang den Jesuiten auch später nimmermehr die königlichen respektive päpstlichen Befehle, so große Mühe sie sich deshalb auch gaben, rückgängig zu machen. Allein, wie wenig hätte gefehlt und ihre gewalttätige Despotie würde triumphiert haben. Jedenfalls übrigens bewiesen sie auch durch diesen Handel, wie durch die früher geschilderten, dass es ihr unbedingtes Bestreben sei, jeden zu Tode zu hetzen, der sich ihnen zu widersetzen wagte und dass sie zur Instandsetzung dieses Bestrebens auch vor gar keine Mittel, selbst nicht einmal vor dem Schlechtesten, zurückbebten. Natürlich nicht, weil die Jesuiten haben als Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Wenn das Endziel gut ist oder wünschenswert ist, sicher für die Erreichung der Ziele der Gesellschaft Jesu, dann ist auch jedes Mittel, um dieses Endziel zu erreichen, gut. Der Zweck heiligt die Mittel. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Leitsatz des Jesuitenordens, den wir niemals vergessen dürfen. Leider ist es in unserer Gesellschaft heutzutage bereits so furchtbar eingebettet, dass man selbst in unserer Gesellschaft immer so lächelnd sagt, von ja, der Zweck heiligt die Mittel. Und die Leute haben überhaupt keine Ahnung, was sie damit im Grunde meinen. Und das ist sehr traurig. Dass sich dieses Motto der Jesuiten in unserer Gesellschaft heutzutage so eingeschlechen hat, dass es teilweise mit einem lächelnden Auge, aber oftmals eben ganz unbesonnen einfach dahergesagt wird, ohne über die Konsequenzen darüber nachzudenken. Oder zum Beispiel Notlügen. Ja, man nennt das ja weiße Lügen. Nee, das wusste ich nicht. Ich klinge immer, es ist nur eine Notlüge. Naja, im Englischen spricht man ja von White Lies. Das ist ja so eine Notlüge oder so eine Lüge zum guten Zweck, nach dem Motto. Und das ist genau sowas, was du da sagst, Michael. Ja, man kann also etwas Schlechtes gebrauchen, um etwas Gutes zu erreichen. Warum ist eine Lüge etwas Schlechtes? Das heißt, weil das achte Gebot heißt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wie deinem Nächsten. Mit anderen Worten, du sollst nicht lügen. Wenn ich es aber doch tue, um ein Ziel zu erreichen, dann folge ich hier mit dem jesuitischen Motto, dass der Zweck die Mittel heiligt, weil ich diese Notlüge einsetze, um mein Ziel zu erreichen. Ich stelle also mein Ziel über das Gebot Gottes, das ich nicht lügen soll. Weil zur Erreichung meines Ziels muss ich das Gebot übertreten. Und das ist leider eine ganz große Traurigkeit, mit der wir heute in der Gesellschaft leben. Dass Leute meinen, mit Notlügen oder mit kleinen Lügen oder wie auch immer, sich, ich sag mal, durchschummeln zu können. Anstatt Rückgrat zu beweisen und es aufzunehmen für die Gerechtigkeit und es aufzunehmen für die Wahrheit, die ist in Gottes Wort. Aber stattdessen sucht man immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und wenn man den erreichen kann mit irgendwelchen Notlügen, wie Michael das gerade genannt hat, was ja auch ein korrektes deutsches Wort in der Hinsicht ist. Im Englischen spricht man halt von White Lies, weiße Lügen. Ist ja noch viel schlimmer, eine Lüge ist schwarz, weil sie ist Ungerechtigkeit. Und weiß ist das Gegenteil von schwarz. Und weiß und schwarz sind die beiden Absoluten, die wir als Christen absolut handhaben müssen. Die Bibel ist weiß oder schwarz, da gibt es kein Grau. Aber gut, ich wollte Michael gerne noch ein paar Sätze sagen lassen zum Abschluss dieses Videos. Und danke Michael, dass du mich so gut begleitet hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und jetzt hast du sicher noch ein paar Sätze zum Schluss dieser Lesung anzufügen, weil wir haben einen Punkt erreicht, wo wir hier einen schönen Strich drunter setzen können und nächstes Mal mit der Sorbonne einen weiteren Fall weiterlesen können. Bitteschön, Michael. Ja, vielen Dank. Ich habe ja heute mittlerweile jetzt drei Lesungen gehört, zwei aufgezeichnete und diese jetzt live. Und bei den Lesungen 5 und 6 ist mir noch aufgefallen, das Einzige, was mich an dem Buch von Griesian wirklich stört, ist, dass er die Jesuiten nennt Ehrenmänner oder die Herren Patris. Ich habe jetzt nicht im Kopf genau, wie er es sagt, die frommen Patris und so weiter und so fort. Also ich hätte mir immer gewünscht, er hätte das so ein bisschen in Anführungszeichen gesetzt. Na, ich glaube schon, dass er das sarkastisch meint. Ja, ich hoffe auch, weil das... Und die Patris, zu den Patris, Entschuldigung, dass ich dich hier unterbreche, aber der Titel Patris ist halt einfach ihr kirchlicher Titel, mit dem sie angesprochen werden. Das ist genauso, wie wenn er sagt, der Papst seine Heiligkeit. Dann heißt er, dann sagt er es noch nicht, dass er den Papst als Heiligkeit empfindet, aber dann ist das halt der offizielle Titel, mit dem er angesprochen werden wird. Ja, aber Patris kommt ja von Pater und dann... Patris kommt vom Pater, von Vater, ja. Genau, Matthäus 23, 9. Jaja, okay, das ist richtig, aber es ist halt der Titel, mit dem man die Jesuiten anspricht. Wenn ich zum Beispiel über einen erzähle, der und der aus der Gesellschaft Jesu, der ist ein Priester oder ein Vater der Gesellschaft Jesu, dann ist das ja sein Titel, den er sich da in der Gesellschaft anmaßt. Dann sage ich das ja nicht mit dem Respekt, den er eigentlich mit dem Titel verlangen will. Weil ich sage das ja nur von, ist ja sein Titel. Ja? Ja, weil wenn du es einfach nur hörst, dann klingt es halt einfach so, als wenn es einen Tatsachenbericht über diese Leute gibt, aber halt die doch trotzdem als Ehrenmänner oder Edelmänner oder wie auch immer zu bezeichnen, ist dann schon so ein bisschen, ja, wenn es nicht sarkastisch ist, ist es ja dann doch ein bisschen, finde ich jetzt, nicht so ganz gerechtfertigt. Also ich meine nicht, dass er sich irgendwie den Jesuiten niederbeugt, wenn er so was sagt, sondern dass er eigentlich im Grunde nur darauf hinaus will, schaut, nach außen hin erscheinen die Jesuiten als ehrenwerte Männer, als fromme Patris und so weiter. Und dass er halt diese offiziellen Titel mehr oder weniger gebraucht, wobei er doch in all den Beispielen, die er anführt, ganz deutlich zeigt, dass das nur Scheinheiligkeit, nur eine Maske ist, unter der sie sich verbergen. Aber bitte, ich möchte dir nicht in dein Schlusswort fragen. Ja, das war die eine Sache. Die zweite Sache ist, ich denke, so ein Buch von Griesinger könnte heute nicht mehr erscheinen oder geschrieben werden. Das ist damals 1866 ja verlegt worden, in der Zeit, wo die Jesuiten ja von ihrer Popularität absolut auf den Tiefstpunkt angelangt waren. Wenn man sich überlegt, dass in Deutschland ja dann ein paar Jahre später auch die Jesuiten dann verboten worden sind, wie es ja dann auch schon früher in Frankreich passiert sind und halt sieben Jahre später, nachdem dieses Buch erschienen ist, dann ja die Jesuiten erst mal durch die päpstliche Bulle weltweit verboten worden sind. Ich denke, dieses Buch könnte heute nicht mehr geschrieben werden. In dem Zusammenhang fällt mir immer auf, dass also auch speziell diese kritische Literatur aus dem 19. Jahrhundert kommt. Und da haben wir ja unheimlich viele, oder Anfang des 20. Jahrhunderts noch, da haben wir ja unheimlich viele Dinge, die da noch von anderen Autoren ja auch in dieselbe Kerbe reinschlagen. Und deswegen finde ich diese Bücher halt umso wertvoller, diese zu erhalten, diese zu archivieren, diese halt irgendwo abzuspeichern. Denn ich könnte mir vorstellen, in nicht absehbarer Zukunft kommen wir da nicht mehr dran. Das wäre mein Schlusswort bei heute. Ja, das ist natürlich richtig so. Der Internetzugang, den wir im Augenblick haben, der kann uns jederzeit irgendwie gewährt werden. Und ich muss mal eben nachschauen, ob ich das hier irgendwo habe. Ich habe mir vor ein paar Tagen ein Buch runtergeladen aus dem Internet, das aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts ist. Das hat über 600 Seiten. Und das Buch ist leider sehr positiv über die Jesuiten. Jetzt frage ich mich aber nicht, dass das Problem ist. Ich habe hier 250 verschiedene Bücher drin. Jetzt weiß ich gar nicht, welches Buch das hier war. Mal eben gucken, ob ich das hier irgendwie aus dem Titel mal eben, wenn ich so runterscrolle, ganz leichter sehen kann. Sonst werde ich mal probieren, das für nächstes mal rauszusuchen. Die meisten sind noch Englisch hier. Das ist ein deutsches Buch. Und da wurde auch der von Kudenhove, wurde darin auch zitiert. Und mal gucken, wenn ich Jesuiten in den Titel eingebe, dann sehe ich es vielleicht. Hier, das ist es doch gleich. Da habe ich es doch schon mal hier. Das heißt also, der Jesuitismus eine kritische Würdigung der Grundsätze, Verfassung und geistigen Entwicklung von Dr. Victor Naumann. Das Buch wurde geschrieben, wollen wir eben schauen. Ein bisschen runterscrollen. Eine kritische Würdigung der Grundsätze, Verfassung und geistigen Entwicklung der Gesellschaft Jesu mit besonderer Beziehung auf die gewissenschaftlichen Kämpfe und auf die Darstellung von antijesuitischer Seite. Nebst einem literar-historischen Anhang, die antijesuitische Literatur von der Gründung des Ordens bis auf unsere Zeit von Pilatus, so nennt er sich. Dr. Victor Naumann. Nun, wo hat er den Namen Pilatus her? Das sagt mir, der ich mich ein wenig mit solchen Sachen beschäftigt habe, genau wie damals Adam Weishaupt sich den Namen Spartacus erwählt hat, aus dem Orden der Illuminaten, dass dieser Dr. Victor Naumann ein Illuminat ist. Das Buch ist erschienen 1905. Und hier geht es um den Heinrich Grafen von Kudenhove. Dem ist das Werk gewidmet. Ist er verwandt mit Kudenhauf-Kalergi? Das wird wohl so sein, habe ich jetzt aber nicht nachgeforscht. Das können wir ja nachher mal, wenn dieses Video hier vorbei ist, können wir uns das ja gerne mal anschauen, Michael. Das ist durchaus möglich. Ja, jedenfalls hat deswegen der Name Kudenhove bei mir ja auch schon die Alarmglocken klingen lassen. Das ist halt ein Buch von 622 Seiten. Und hier werden also die Jesuiten nur gelobt. Ja, nur gelobt. Dieses Buch bildet eine notwendige Ergänzung der kirchenhistorischen neueren Arbeiten. Denn die Frage, wie ist die Verfassung des Jesuitenordens, welches Endziel hat er sich gesteckt, ist eine der wichtigsten, speziell in unseren Tagen. Sie ist notwendig zum Verständnis der umfassenden religiösen, politischen und sozialen Wirksamkeit der Gesellschaft Jesu überhaupt. Zur Beantwortung der Frage war es aber angebracht, vor allem die Darstellung zu prüfen, die im Lauf der Jahrhunderte von dem Werke Loyolos und seiner Schule von den Feinden des Ordens, katholischen wie protestantischen, gegeben worden ist und noch wird. Umso angebrachter ist solche Prüfung, als die unbedingt Jesuitenfeindliche Schilderung gemeinhin und nicht nur von Protestanten für historische Wahrheit genommen wird. Also hier macht er ganz deutlich, dass für ihn historische Fakten nichts zählen. Er glorifiziert die Jesuiten hier in diesem Buch. Also ich fand das ganz interessant, bin da halt drauf gestoßen, dachte, das muss ich mir runterladen, wenn ich Zeit habe, schaue ich da mal genauer rein und schaue mir das an. Und solche Werke, und das ist eigentlich der Punkt, den ich jetzt gerne machen wollte zum Schluss, weil Michael ja gesagt hatte, wer weiß, wie lange wir noch Zugang zu solchen Informationen haben. Solche Werke, da werden wir wahrscheinlich noch ziemlich lange Zugang zu haben, wo die Jesuiten als ein wunderbarer, christlicher Orden im biblischen Sinne dargestellt werden, obwohl sie absolut antichristlich sind und der Militärorden der militärischen Kirche ist, Regimini Militantis Ecclesia, der Name der Bulle, mit denen die Jesuiten 1540 von Antichrist Papst Paul III. in Wirkung gestellt worden sind. Der Titel Regimini Militantis Ecclesia heißt die Kirche im Krieg. Und die Jesuiten sind die Kriegsherren. Sie sind die Söldner der römisch-katholischen Kirche. Sie sind die, um es mal in Worten zu sagen, die die Deutschen ganz gut begreifen müssten, Die Jesuiten sind die SS der römisch-katholischen Kirche. Und es gibt kein anderes Studium, das wichtiger ist, als das der Bibel, das diesen Geschichtsforschungen zugrunde liegt. Weil wenn ich diese ganze Geschichte lese, selbst wenn ich das Buch von Griesinger lese und ich habe keine Ahnung von der Bibel, dann ist das Buch für mich total wertlos und kann mir auch niemals irgendwelche Erkenntnisse bringen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir an der Basis all unserer Untersuchungen immer die Bibel legen. Ich hatte letztens noch vorgelesen aus einem Buch, welches war das jetzt? Ich komme nicht mehr drauf, welches Buch das war. Aber da hatte ich gesprochen über, ah ja, richtig, das war im Englischen, das war das Buch von James Atkin Wiley, The Great Exodus, der große Exodus, also der große Auszug. Ein Buch, das er 1862 veröffentlicht hatte. Und da sprach er über König Philipp von Spanien und John Knox, die Zeitgenossen waren, die zeitgleich gelebt hatten. Und da sprach er über die Glorie des spanischen Königreiches damals, dem im Grunde mehr oder weniger die ganze Welt zugrunde lag. Und wie der König Philipp II. halt den Grundsatz hatte, die Kirche ist der Herr des Gewissens. Und John Knox, der aus dem damals noch sehr lotterlichen, sage ich jetzt mal, um es mit einfachen Worten sagen zu können, Schottland kam, der den Grundsatz verfochten hat, der Gott der Bibel ist der Herr des Gewissens. Und wie die beiden gegeneinander standen. Und was die, was das Resultat war, wenn man die 300 Jahre von dem Augenblick, wo James Atkin Wiley das Buch geschrieben hat, zurückgehend auf die Zeit, wo Philipp von Spanien und John Knox gelebt haben, wenn man das miteinander vergleicht, was wozu geführt hat. Dieser Punkt, den John Knox damals sagte, der Gott der Bibel ist der Herr des Gewissens des Menschen, ist der Punkt, an den wir uns immer erinnern müssen. Und um diesen Gott zu kennen, müssen wir sein Wort kennen. Und sein Wort ist entweder im Englischen, die 1611 King James Bible, oder aber im Deutschen mit einigen Abstrichen in der Übersetzung, wie ihr merken werdet, wenn ihr die beiden nebeneinander legt, die Deutsche Schlachter 2000. Und es bleibt dabei, ich kann nicht anders. Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Ich muss euch daran erinnern. Lest hauptsächlich die Bibel. Als erstes, lest eure Bibel. Danke Michael. Maranatha. 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 Untertitelung des ZDF, 2020